Wie wir angelogen werden, wie wir hinters Licht geführt werden, wie dreist wir in der Zwischenzeit sogar angelogen werden, das zeige ich euch heute auf in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Wir wissen, sie lügen. Sie wissen, sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Und trotzdem lügen sie weiter. Am Ende eines Zyklus versuchen die Privilegierten eines Systems immer verzweifelter natürlich, das Narrativ aufrecht zu erhalten, versuchen krampfhaft an ihren Privilegien, an ihrer Macht festzuhalten und lügen dann immer dreister. Wir sehen immer mehr Lügen am laufenden Band. Egal ob von der EZB oder von der Politik oder sogar von der Wirtschaft. Man macht gar kein Hehl mehr drumherum. Man gibt sich gar keine Mühe mehr, irgendwas zu verschleiern und zu verheimlichen. Ganz im Gegenteil. Man lügt uns immer dreist ins Gesicht, ganz nach dem Motto, wenn wir es ganz dreist machen, dann wissen sie nicht, dass wir lügen. Aber dem ist nichts. Und ich möchte euch heute aufzeigen, in welchen Belangen wir überall angelogen werden. Beginnen wir mit dem omnipräsenten Thema natürlich Corona-Lockdown-Impfungen. Wurde uns noch vor einem Jahr gesagt, es wird keinen zweiten Lockdown geben, es wird keinen dritten Lockdown geben. Auch dazu habe ich Videos gemacht, gerne reinschauen. Dann sind wir jetzt eigentlich sozusagen seit Monaten, seit fünf Monaten, seit der gefühlten Ewigkeit im Dauer-Lockdown. Hieß es am Anfang, es wird keinen Impfzwang geben, wurde der Impfzwang jetzt durch die Hintertür eingeführt. Grüner digitaler Impfpass. Wenn ihr reisen wollt, wenn ihr ins Restaurant wollt, wenn ihr am kulturellen Leben teilhaben wollt, müsst ihr euch impfen lassen. Jetzt ist es sogar so, dass Grundrechte vergeben werden. Ganz danach, wie man sich benimmt, ob man sich impfen lässt, ob man mit den Maßnahmen d'accord geht. What?! Per se ist man jetzt ja eigentlich de facto entrechtet, wenn man sich nicht impfen lässt. Und das ist eine brandgefährliche Entwicklung, finde ich. Wir leben in einem demokratischen Föderalismus und dem Menschen, dem Bürger sollte es freigestellt sein, ob er etwas macht oder nicht. Aber beginnen wir vorne. Ich möchte ein bisschen zurückrudern. Die Sonne kommt raus, die Menschenströmen raus, die Temperaturen steigen und die Inzidenzzahlen, die Fallzahlen für Corona sinken. Ist das eine Korrelation? Ist das Zufall? Hm. Schauen wir uns mal das vergangene Jahr an. Vor einem Jahr war es nicht anders. Wir hatten den ersten harten Lockdown und dann wurde es wärmer im Frühling. Und siehe da, die Inzidenzzahlen, die Fallzahlen sanken ebenfalls, als es wärmer wurde. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wir haben jetzt auch mehr geimpft und wir hatten die Notbremse. Aber vielleicht ist das Virus doch sessional. Vielleicht ist es wie beim Grippevirus. Sobald es wärmer wird, sinken die Fallzahlen, weil Viren oftmals wärmere Temperaturen nicht mögen. Nur mal so zur Diskussion und zum Nachdenken. Der Oberexperte Christian Drosten hat ja vor einem Jahr gesagt, wir werden den ganzen Sommer lang hohe Zahlen haben an Infektionen. Er wurde natürlich einer Lüge gestraft. Aber jetzt geht die Angst und Panikmache weiter. Jetzt wird es noch perfider. Jetzt sagt er sogar, ja die Ungeimpften werden definitiv auf jeden Fall 100 Prozent erkranken, werden sich infizieren. Um den Leuten klarzumachen, Angst zu machen, ihr müsst euch jetzt impfen lassen. Wir haben 83 Millionen Bürger, momentan glaube ich, so Infektionszahlen von 7 bis 10, 15, 20.000 am Tag. Ob die dann auch krank werden, ob die Symptome haben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Dazu muss man extra Video machen. Und ich bitte euch, schaut euch bitte folgende Videos an bei mir hier im Kanal, die wirklich relevant sind. Zum Beispiel, was kann der PCR-Test, der ja von Christian Drosten mitentwickelt wurde. Dazu habe ich ein sehr interessantes Video gemacht mit Dr. Dalle Carbonare. Bitte hier anschauen. Oder natürlich, klar, wenn jemand kritisch ist gegenüber den Maßnahmen, dann wird man gleich abserviert. Zum Beispiel Dr. Friedrich Pörner. Das seht ihr hier das Video. Oder natürlich auch der Wirtschaftsethik-Professor Herr Dr. Lüttke. Mit dem habe ich ein sehr interessantes Video gemacht. Hat schon über 100.000 Klicks. Gerne anschauen, gerne teilen. Also macht euch ein Gesamtbild einfach. Und wie bei einem Puzzle braucht ihr immer alle einzelnen Puzzleteile, um das Gesamtbild zu erreichen. Und das möchte ich ja hier im Kanal mit finanzieller Intelligenz erreichen. Und bitte, ich bitte euch jetzt schon, wenn ihr noch nicht den Videokanal abonniert habt, macht es jetzt. Meldet euch bei YouTube, Google an und abonniert diesen Kanal. Und vor allem bitte, um die Wahrheit zu verbreiten, unterstützt mich, helft mir, indem ihr natürlich diesen Videokanal weiterempfehlt, indem ihr jedes Mal die Videos kräftig teilt über alle Kanäle, die euch zur Verfügung stellen. Wir haben erst 176.000 Menschen erreicht. Lasst uns so schnell wie möglich die 200.000 erreichen und dann natürlich die 500.000. Das geht nur mit euch. Ich kann noch so guten, hochwertigen Content produzieren. Sogar hier an einem Feiertag. Ja, heute ist Vatertag und ich stehe hier vor euch. Ja, statt draußen irgendwie mit dem Bollerwagen durch die Weinberge, durch die Berge zu laufen. Weil ich einfach denke, es ist essentiell, ist meine bürgerliche Pflicht, euch aufzuklären, euch zu helfen, euch zu unterstützen, die Wahrheit zu verbreiten. Und deswegen, nur wenn ihr mich unterstützt, können wir Menschen erreichen mit dem hochwertigen Content, den wir hier produzieren. Und zwar auch an einem Feiertag. Und da würde ich wirklich bitten, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr uns unterstützen wollt, bitte teilt den Kanal, empfehlt den Kanal. Kauft natürlich mal ein aktuelles neues Buch, oftmals leider totgeschwiegen von den Medien. Aber nichtsdestotrotz, wenn es eine Bestsellerliste ist, muss man sich damit auseinandersetzen. Und den ersten Erfolg haben wir ja auch schon gesehen. Es gab ein tolles Interview in der Welt. Abo-Button drücken, Glocke aktivieren und teilen, teilen, teilen. So wie andere testen, 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 macht ihr einfach das Gegenteil. Ihr macht teilen, teilen, teilen. Ja, und jetzt rufen natürlich die ersten schon nach Lockerungen. Ist alles vorbei? Haben wir jetzt einen glorreichen Sommer vor uns? Dürfen wir wieder reisen, ins Restaurant gehen? All das natürlich dringende Fragen, die euch unter den Fingernägeln brennen. Und Fakt ist ja, viele lassen sich jetzt impfen. Viele sagen, oh Gott, ich will nach Malle. Ich lasse mich impfen. Bitte gib mir den Stoff sofort. Ja, weil die Menschen verzweifelt sind, weil sie wieder ihre Freiheit genießen wollen, weil wir seit einem Jahr de facto fast schon eingesperrt sind. Andere Länder machen auf. Wir haben immer noch abgeschlossen. Und schaut euch dieses Schaubild an. Da seht ihr einfach, dass zum Beispiel auch das Grippevirus natürlich sessional ist. Genauso auch das Coronavirus. Und der nächste Winter kommt. Ich kann euch jetzt schon sagen, wir sind jetzt Mitte Mai. Jetzt wird es ein paar Lockerungen geben. Ja, es kommt auch die Bundestagswahl. Da möchte man ja wieder ein paar Wählerstimmen einfangen. Aber es wird auch wieder kühler werden. Ja, das sind Zyklen. Und diese Zyklen kommen immer wieder. Nach dem Winter kommt der Sommer. Nach dem Sommer kommt der Winter. Und ich verspreche euch jetzt schon eins. Das ist eine Prognose, die ich jetzt gerne abgebe. Daran könnt ihr mich messen. Sobald die Temperaturen sinken, werden auch parallel natürlich die Inzidenzzahlen, die Fallzahlen für Corona wieder steigen. Und dann steht uns natürlich der nächste Lockdown vor der Tür. Der Winterlockdown. Ganz nach dem Motto. Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Auch ein sehr sehenswertes Video von mir. Bitte gerne anschauen und teilen. Ja, und schaut euch diesen Chart an. Wir sehen hier die drei Wellen. Und wir sehen jetzt, dass wir weit weg von den alten Hochzahlen sind. Also Deutschland, USA, Israel, Irland. Überall geht es deutlich nach unten. Also wir könnten jetzt die Lockerungen endlich wieder durchführen. Wir könnten wieder den Menschen eine Vision geben, eine Perspektive geben. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Vor über einem Jahr hat ja die Pandemie begonnen in China. Lustigerweise habe ich jetzt auch im aktuellen Buch aufgezeigt. Ist China der Profiteur der Corona-Krise? Ein scheinbar Böses dabei denkt. Dazu bitte unbedingt ein Kapitel aus meinem sechsten Bestseller lesen, nämlich die Pandemie-Plan-Spiele. Denn es gab, ja, und das ist keine Verschwörungstheorie, es gab schon seit Jahren von verschiedenen Institutionen, ja, Szenarien, wie eine längst überfällige Pandemie uns heimsuchen wird. Und da gab es ein paar richtig gute Treffer, die fast schon erschreckend sind, wenn man die jetzt liest. Ja, ob es jetzt von der Rockefeller-Stiftung ist oder vom World Economic Forum oder sogar von der Bundesregierung. All das habe ich in diesem Kapitel eingeblendet oder habe ich in diesem Kapitel beschrieben. Es gibt die absurdesten Theorien natürlich. Auf der einen Seite, das Virus wurde implementiert, um China zu schwächen, dann um die westliche Welt zu schwächen, dann um Trump loszuwerden, dann um uns alle zwangszuimpfen. Hey, macht euch euer eigenes Bild. Das sind nämlich alles Theorien, die da draußen rumschwirren. Aber Fakt ist tatsächlich, es verdichten sich die Hinweise, dass das Virus tatsächlich aus einem Labor in Wuhan kommt. Und auch das habe ich aufgezeigt. Und da kommen jetzt immer mehr raus, die sagen, es ist tatsächlich wahrscheinlich von Menschenhand modifiziert worden und bei einem Unfall aus dem Labor in Wuhan entflohen oder entwichen, möchte ich jetzt mal sagen. Nichtsdestotrotz, man muss sich immer fragen, wem dient es? Wer ist der Profiteur? Und China war das einzige Land letztes Jahr, das Wirtschaftswachstum hatte und dem es besser geht, wie je zuvor. Während wir hier eingesperrt sind, machen die in Wuhan und in China schon wieder Party und lassen die Sektkorken knallen, denn die Wirtschaft brummt in China. Die Exporte steigen in immer neue Höhen. Da habe ich hier ein schönes Schaubild natürlich, wie die Exporte in China explodieren, wie die Wirtschaft brummt, wie die kommunistische Partei jetzt sich natürlich die Hände reibt und freut, weil denen geht es richtig gut, weil die ganze Welt hat abgeschlossen oder hatte abgeschlossen und die haben weiterhin die Werkbank geöffnet. Da wird produziert auf Teufel komm raus. Und denkt immer daran, die chinesische kommunistische Regierung braucht natürlich ihr Wirtschaftswachstum. Ansonsten werden ein paar hundert Millionen Wanderarbeiter, Arbeitslosen werden dann gegen Beijing marschieren und die kommunistische Partei entmachten. Das kommt in diesem Jahrzehnt meiner Ansicht nach sowieso, aber aus dem Grund möchte man ja erstens das Wirtschaftswachstum in China aufrechterhalten und zweitens natürlich auch die Menschen immer mehr kleinmaschiger überwachen und kontrollieren. Deswegen auch der digitale Yuan und deswegen auch natürlich das Credit Social Program, dass die Menschen überwacht werden sich gegenseitig denunzieren. Hm, klingt ein bisschen ähnlich wie in Deutschland, gerade in Europa, wo die Reise hingeht. Digitaler Euro, Überwachungs-Apps, denunzieren, hm, anderes Thema. Gut, das Kapitel Pandemie-Plan-Spiele könnt ihr, ich werde es unten verlinken, natürlich völlig offen lesen aus meinem sechsten Bestseller, die größte Chance aller Zeiten. Das könnt ihr über den Link euch angucken und gerne natürlich auch, wenn ihr das Buch habt, empfehlt es weiter, gebt einen Daumen nach oben, rezensiert es gerne positiv bei Amazon und iTunes. Es hilft natürlich ungemein, andere Leser auch dann ja zu finden, die dann sagen, das klingt interessant, das klingt spannend und natürlich, wenn ihr das Buch noch nicht habt, jetzt aber bestellen. Es soll immer noch Menschen geben, die das Buch noch nicht bestellt haben. Bitte bestellt es im Buchhandel, bei eurer lokalen Buchhandlung oder bei Amazon. Dann zählt es auch in die Spiegel Bestseller mit rein. Das wäre sehr hilfreich. Unterstützt mich dabei, dass dieses Wissen rauskommt. Mein wichtigstes und wie ich finde, bestes Buch bis dato und das Feedback ist auch phänomenal. Es freut mich, es erd mich jedes Mal Gänsehaut und ihr wisst, was noch. Aber unabhängig davon, dafür war es wert, sich hinzusetzen, Lebenszeit zu investieren, damit ich euch helfen kann, damit wir alle gemeinsam uns besser darauf vorbereiten können, mental, aber auch natürlich monetär. Ja, aber vor einem Jahr, vor über einem Jahr, die Bilder aus China waren dramatisch. Erinnert euch vielleicht noch, auf Twitter, auf Instagram, auf TikTok sogar gab es drastische Bilder, wie Menschen einfach auf der Straße tot umgefallen sind, wie sie auf Liegen lagen im Krankenhaus und zitterten und irgendwie ein Tremolo hatten. Es waren wirklich krasse Bilder, drastische Bilder. Die Leute hatten natürlich auch Angst vor dem Virus, ganz klar. Menschen wurden zu Hause eingemauert, zugenagelt, ganze Blöcke wurden verriegelt. Es war wirklich heftigst, heftigst, wie im Ghetto, kann man fast schon sagen. Und dann gab es diese Aktionen, dass riesige Lastwagen mit großen Kanonen ganze Straßen desinfiziert haben, gesprayed hatten. Also wie in einem, ja, dystopischen Endzeit-Film. Auf einmal war aber dann der Schrecken vorbei, als Xi dann den Sieg über das Coronavirus öffentlich erklärte. Das war dann am 21. März und auf einmal war eigentlich wieder alles wie zuvor. Darüber sollten die mir denn mal berichten. Ja, und heute in China sehen wir diese Bilder. Riesen-Raves, Partys im Spaß-Schwimmbad, den Leuten geht's gut. Die Infektionszahlen sind, wie es sich für eine Planwirtschaft und für den Kommunismus gehört, eingenordet. Also wirklich eine schöne Waagrechte, die sich auch nicht nach oben oder unten verändert. Ich glaube einfach, die Chinesen verarschen uns von vorne bis hinten. Das ist wirklich, also offensichtlich. Die haben natürlich eine Agenda, die haben einen Sieben-Jahres-Plan oder einen Fünf-Jahres-Plan. Die wollen natürlich ihre Ziele, ihre Agenda durchsetzen. Ja, weil während wir im Lockdown sitzen, geben die Vollgas. Die gewinnen gerade immer mehr an Land, an Macht. An Land auch, aber auch an Einfluss, an Macht, an Souveränität, an Vorsprung. Während die USA, der jetzige Drohnenhalter noch, hat das erkannt und gibt jetzt ebenfalls Gas. Es gibt Lockerungen. Texas, Florida, alle machen auf. Sie wissen, sie müssen jetzt wirtschaftlich definitiv aufs Gaspedal drücken. Ansonsten haben sie ein Nachsehen gegenüber China und das will man natürlich auf gar keinen Fall. Man will nicht die Weltreservewährung verlieren, weil dann ist das Spiel verloren. Auch das habe ich im neuesten Buch natürlich aufgezeigt. Diesen Geldzyklus, diesen Machtzyklus. Und der ist essentiell, weil wer die Weltreservewährung stellt, ist die Nummer eins. Kann sich verschulden, kann machen, was er will, ist einfach dann der große Zampano. Ja, und was machen wir? Nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. Ja, aber nachdem unsere politische Elite sich im Nichtstun und in der Inkompetenz sonnt und glänzt, beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Angst und Panikmache. Die Experten hauen jeden Tag eine neue Horrormeldung raus, um uns natürlich in Angst und Schrecken zu halten. So zum Beispiel Christian Drosten am 22. Januar 2021, wo er sagt, er befürchtet bis zu 100.000 Fälle pro Tag. Puh, zum Glück nicht passiert natürlich, klar. Und jetzt kann man natürlich den Spieß umdrehen und kann sagen, ja, das liegt ja nur an der Bundesnotbremse und weil wir kräftig impfen und testen, 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 etc. pp. Wir schauen gleich mal in andere Länder, die nichts von dem machen und trotzdem besser dastehen wie wir. Ja, what? Ja, exakt. Drosten blickt mit Sorge in den Sommer 2021. Drosten ist so ein bisschen der Flipflopper, mal so, mal so. Also er überlegt sich immer anders, aber bei Drosten könnte man fast schon von psychologischer Kriegsführung sprechen, was er da betreibt. In den Nachrichten, in den Tweets, in den Podcasts, in den Auftritten im Fernsehen, weil, ja, es sieht danach aus, meiner Ansicht nach. Er versucht, eine komplette Verwirrung der Menschen durchzuführen. Maskenpflicht? Ja, nein. Masken effektiv? Ja, nein. Ist der PCR-Test zuverlässig? Ja, mal nein. Wollen wir die Schulen zumachen? Einmal sagt er ja, dann sagt er wieder nein. Ist das Corona harmlos? Einmal ja, einmal nein. Und dann natürlich hier, super genial, diese Aussage von ihm, ne, kam dann auch in der Zeitung, in der gleichen Zeitung sogar. Ein Bild sagt mehr wie tausend Worte. Danke natürlich an Argonerd bei Twitter. Dem müsst ihr unbedingt folgen. Natürlich gerne auch mir folgen bei Twitter, at Mark Friedrich Sieben. Da gibt es immer Zeit nach aktuelle Informationen. Er sagt ja einmal hier, er gibt eine düstere Prognose ab für den Sommer und dann das Fähnlein im Wind zu spielen und seine Meinung um 180 Grad zu drehen, als es dann wärmer wird im Mai, ne, also im Februar noch völlig große Warnung und dann am 10. Mai Temperaturen steigen, die Zahlen gehen nach unten, sagt er ganz schnell, schießt er hinterher. Also er ist völlig entspannt für den Sommer. Der Sommer wird sich dadurch beweisen, dass wir Lockerungen sehen werden, dass wir dann in Urlaub gehen können und so weiter. Herr Drosten, was denn nun? Ja, aber auch andere Experten lagen meilenweit daneben. Montgomery am 10. April, hier Intensivstation, Notstand, es wird bald Überfüllungen geben, etc. Es wird zu einer Triage kommen sogar, ne, dass die Ärzte aussuchen müssen, wer hat mehr Überlebenschance, wer hat mehr Vorsicht. Zum Glück kam es dazu natürlich nicht, ja, also es wäre schrecklich gewesen, wenn es soweit gekommen wäre. Trotzdem, die Medien sollten das aber jetzt berichten und richtigstellen, dass diese Aussage von Montgomery, dem Chef des Ärzteverbandes falsch war und sollte nicht mehr Panik schüren, sondern auch mal die guten Nachrichten überbringen. Oder hier, Experten sagen im März noch, es ist ein Pulverfass, auf dem wir sitzen, zwei, nach Ostern, ne, also weil wir alle Ostern uns treffen, nach Ostern wird es 230.000 Fälle pro Tag geben. Schaut euch das an, ne. Fakt ist, die Fallzahlen sind so niedrig wie schon lange nicht mehr, zwischen 7.500 und 17.000 Fällen pro Tag, ne. Davon ist nur ein ganz kleiner Teil wirklich krank oder hat Symptome oder muss behandelt werden oder muss sogar noch schlimmer auf die Intensivstation, muss beatmet werden. Also verschwindend gering natürlich. Nochmal, 99 Prozent, die dieses Virus haben, gesunden. Nur ein ganz kleiner Anteil stirbt daran oder hat Spätfolgen. Und da finde ich einfach, der Spiegel sollte jetzt diese Nachricht aufnehmen und berichten oder sich sogar, ja, sollte sogar eine Gegendarstellung schreiben, sagen, Leute, damals lagen wir falsch oder die Experten lagen falsch. Aber hey, nichts passiert. Warum nicht? Das ist doch die Aufgabe vom objektiven Journalismus. Bitte dazu auch dieses Video anschauen, zur Meinungsfreiheit und zur Objektivität des Journalismus. Ganz wichtig. Und das bitte kräftig teilen. Also wenn ihr heute nur eins macht, dann bitte das. Aber kommen wir natürlich zum TV-Talkshow-Dauergast und Oberexperte Tausendsasser Karl Lauterbach. Der liegt natürlich immer richtig, denkt er. Und wenn nicht, dann dreht er sich so hin, dass es einfach passt in seiner Welt. Das ist wie die Pippi Langstrumpf. Also der hat er zum Beispiel in einer TV-Show bei Lanz. Ich glaube, Lanz ist immer Gast bei ihm und nicht Lauterbach bei Lanz. Ich weiß nicht, wer die Show macht, aber ich sehe eigentlich beide oft, viel zu oft. Also vor allem Lauterbach zu oft bei ihm in der Sendung sitzen. Immer die gleichen Experten. Sorry, dass ich die ganze Zeit irgendwie Experten sage, aber man kann es nicht mehr ernst nehmen. Und da sagt er, ja, hier, die Corona-Patienten in den Intensivstationen im Krankenhaus werden immer jünger, 47, 48. Das ist eine Lüge. Der Faktenchecker beim Bayerischen Rundfunk hat das bewiesen. Gibt es da eine Gegendarstellung? Gibt es da eine Berichtigung? Gibt es da irgendwie von Lanz oder auch vom ZDF oder von Lauterbach eine Entschuldigung? Ja, aber dann wird er nachgefragt und sagt er, ja, er hat selbst geschätzt. What? Selbst geschätzt? Heißt selbst geschätzt übersetzt gelogen? Warum schätzt er selber? Um Angst zu verbreiten, um Panik zu machen, um seine Aussagen zu unterstreichen? Warum wird jemand eingeladen, der nachweislich gelogen hat? Warum nicht Gegenstimmen einladen? Hat man Angst vor dem Diskurs, vor dem kritischen Diskurs, vor der Wahrheit? Alles hat zwei Seiten. Leute, liebe Journalisten, ihr müsst ausgewogener berichten, ansonsten werdet ihr die Menschen verlieren. Das ist eine brandgefährliche Entwicklung für unsere Gesellschaft. Es treibt einen Keil zwischen die Menschen, zwischen die Familien, überall. Und es darf nicht sein, spaltet nicht. Versucht lieber, dass wir uns wieder zusammenfinden. Wenn auch die Überbelegung bei Intensivbetten ist nicht geschehen zum Glück, zeigt auch dieser Chart natürlich, dass die Patienten sogar rückläufig sind. Warum gingen die Zahlen im letzten Sommer runter, obwohl wir damals keine Impfung hatten? Ja, das ist die Frage. Aber nochmal, um die Expertise von Drosten zu untermauern, möchte ich kurz mal den Impfexperten Drosten zu Wort kommen lassen bei der Schweinegrippe. Drosten rief damals dazu auf, sich gegen die Schweinegrippe impfen zu lassen. O-Ton, bei der Erkrankung handelt es sich um eine schwerwiegende, allgemeine Virusinfektion, die erheblich stärkere Nebenwirkungen zeigt, als sich irgendjemand vom schlimmsten Impfstoff vorstellen kann. Wir alle wissen, wie das gelaufen ist, aber Fakt ist, momentan haben wir höhere Fallzahlen als Schweden. Trotz Bundesnotbremse, trotz Maskenpflicht, trotz, dass die Schule nicht stattfindet, trotz, dass niemand in die Schule geht, trotz, dass die Einzelhändler weiterhin geschlossen haben und so weiter und so fort. Und Schweden macht genau das Gegenteil. Dasselbe sehen wir in Florida und Texas. Oder auch schauen wir zu unserem Nachbarn in die Schweiz. Da haben die Öffnungen, die Lockerungen schon stattgefunden. Da brummt wieder der Bär, da gibt es wieder ein öffentliches Leben. Ja und siehe da, ups, weniger Zahlen wie bei uns. Trotz Öffnungen. Also anscheinend lebt es sich dann doch im Hochgebirge besser und gesünder als im Flachland. Oder schauen wir über den Atlantik in die USA, der Land of the Free. Da gibt es einzelne Staaten, die schon wieder geöffnet haben. Texas, Florida, im Gegensatz zu den Staaten wie Kalifornien oder New York. Und siehe da, die Zahlen sind nicht schlechter als in den Staaten, wo ein kompletter, harter Lockdown herrscht. Hier gibt es sogar wieder Veranstaltungen. Hier zum Beispiel im Stadion. Football, American Football. Tja, und was ist passiert nach diesen ganzen Events? Nichts. Genau. Keine steigenden Fallzahlen, keine Übersterblichkeit, keine Krankenhäuser, die vor der Triage stehen oder die überfüllt sind. Wie kann das sein? In Texas gehen die Zahlen drastisch zurück, was dieser Chart deutlich zeigt. Der Governor von Texas hat vor über zwei Monaten, das hatte ich auch in diesem Tweet hier euch dargestellt, alle Restriktionen, alle Maßnahmen zu Corona beendet. Und was war das für ein Aufschrei? Wie kann er nur? Und in Texas werden sich bald die Leichenberge stapeln. Nichts von dem ist zum Glück geschehen. Also wir sollten ein bisschen die Hysterie rausnehmen, durchatmen und überlegen, was ist die Wahrheit? Wer lügt uns an und mit welcher Intention? Und dasselbe Spiel in Florida. Hören wir kurz rein beim Gouverneur von Florida. All remaining local emergency COVID orders effective on July 1st. But then to bridge the gap between then and now, I'm going to suspend under my executive power the local emergency orders as it relates to COVID. I think that's the evidence-based thing to do. Ja, und zwei Monate später sehen die Zahlen besser aus wie jemals zuvor, sowohl in Texas als auch in Florida. Also wir sollten endlich öffnen, wir sollten die Lockerungen durchführen, wir sollten dieses perfide Spiel der Angstmache endlich beenden und die Medien sollten jetzt ihrer Aufgabe gerecht werden und objektiv berichten und wenn was Falsches berichtet wurde, das definitiv redigieren, korrigieren. Wenn Leute sagen, hey, das war damals falsch vor zwei Monaten von Frau Prinkmann oder von Herrn Drosten oder von Herrn Lauterbach, was da gesagt wurde, was wir dann eins zu eins weitergegeben haben. Das Schöne ist, in den USA hat man jetzt die Wahl. Da kann man jetzt zum Beispiel, wenn man in Kalifornien lebt, nach Texas auswandern. Das machen einige. Freunde, Bekannte von mir. In Europa? Ja, schlecht. Außer in Spanien. In Spanien hat man jetzt auch Lockerungen durchgeführt. Jetzt werden wir sehen, ob in vier Wochen die Fallzahlen dann in Spanien explodieren werden. Ich prognostiziere jetzt schon, nein, werden sie nicht. Aber kommen wir zurück zum Orwellschen Kontinent, zu Europa, weil da schaut man nicht über den Tellerrand hinaus. Da bleibt man lieber in seinem engen Konstrukt und schaut sich oder pickt sich nur die Sachen raus, die einem passen, die ins Narrativ gestreut werden sollen, um die Menschen weiterhin zu unterdrücken, um Repression zu betreiben. Da wird nicht in die USA geschaut oder nach Schweden. Nein, das will man auch nicht in die Schweiz. Das ist einfach nicht en vogue. Man schaut dann lieber in Sachen, die einen interessieren. Wir kümmern uns um natürlich die wichtigen Sachen wie Impfpass, Impfung, Kinder impfen, testen, testen, testen. Und wenn ihr brav seid und euch impfen lasst, dürft ihr vielleicht wieder an die Nordsee oder Ostsee. Apropos Impfung, schaut euch das an. Hier, vor einem Jahr in der Schwäbischen hieß es so, Fake News. Sollen wir jetzt alle gegen Corona zwangsgeimpft werden? Und heute klingt es so. Chefarzt fordert harte Strafen für Impfverweigerer. In das gleiche Horn boostet ja auch Herr Drosten, indem er sagt, dass die Impfverweigerer definitiv infiziert werden, ungefährlich sind. Hier unser Bundes... Gesundheitsminister Jens Spahn noch zum Testen vor einiger Zeit. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss erst mal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runter geht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falsch-Positive als tatsächlich Positive. Ja, und heute haben wir PCR-Tests an jeder Ecke. Kinder werden getestet. Alles jede Woche zweimal, um in die Schule zu dürfen oder sogar wahrscheinlich, um online teilzunehmen. Wer weiß, wir können das jetzt auch über das Wi-Fi verbreiten. Und natürlich Lockdowns, Lockdowns, Lockdowns. Wir befinden uns im ewigen Lockdown. Wollt ihr den totalen Lockdown? Ja, wir haben ihn schon. Interessant ist auch diese Nachricht, nämlich auf den Seychellen. Da gibt es die höchste Impfquote weltweit. Und nichtsdestotrotz wirft diese kleine Inselstadt jetzt ein paar Fragen auf, weil... Haltet euch fest, die Zahlen werden nach oben gehen, trotz Impfungen. Herrschaftszeiten. Jetzt kommt natürlich gleich der eine oder andere Experte, der sagt, das ist ein mutierter Virus. Jetzt hilft die Impfung nicht mehr gegen das Virus. Wir brauchen einen neuen Impfstoff. Also nochmal eine Impfung reindrücken. Yes, we can. Was mir aber aufstößt, ist, dass man jetzt Kinder impfen möchte. Ich meine, hey, jeder kann sich frei impfen lassen. Gar kein Problem. Wer Angst hat, kann dann wirklich sich impfen lassen. Aber Kinder jetzt impfen zu lassen? Ne, 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 ne. So weit sollte man nicht gehen. Auch das ist die Entscheidung natürlich der Eltern, aber man sollte aufklären. Kinder sind weder dafür bekannt, dass sie jetzt die Superspreader sind, dass sie es verbreiten, noch dass sie davon Schäden nehmen. Und da muss ich mich wirklich fragen, was der Deutsche Ärztetag da wohl dabei gedacht hat oder von wem er finanziert wurde, dass man hier jetzt die Impfstrategie oder eine Impfung fordert von Kindern und Jugendlichen, um dann noch ein Recht auf Bildung zu haben, um am Schulunterricht teilnehmen zu dürfen. Das geht gar nicht. Sollte man nicht Risikogruppen schützen, statt diejenigen, die eigentlich am wenigsten gefährdet sind, mit einem relativ neu entwickelten Impfstoff zu impfen? I don't know. Macht euch euer eigenes Bild. Die Risikogruppen, die sollten bereits durchgeimpft werden. Die sollten die Herdenimmunität erreichen. Und Kinder zählen zu keinem Zeitpunkt irgendwie zur Risikogruppe oder haben irgendwie schweren Verlauf gehabt. Was sind jetzt die Lösungen? Auf der einen Seite natürlich, bildet euch weiter, schaut meine Videos an, lasst ein Abo da, lest mein Buch und natürlich verbreitet die Nachricht. Und versucht euch ein objektives Bild zu machen. Alles hat immer zwei Seiten, zwei Münzen. Es ist nicht das eine Extreme oder das andere Extreme. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Immer. Und das ist natürlich für jeden schwierig, das abzuwägen. Aber ich habe euch heute so viele Beweise geliefert, dass wir angelogen werden. Und zwar von den sogenannten Experten, von der Politik. Also dahingehend wirklich, überlegt euch immer, was ist die Intention, wenn ein Politiker, wenn ein Medium, wenn die Presse, wenn ein Journalist, wenn ein Experte etwas sagt. Meine Lösungen sind natürlich, was ich auch im Buch fordere, wir brauchen mehr direkte Demokratie. Auch wenn das nicht immer perfekt ist, aber dann haben wir wenigstens die Möglichkeit, wie in der Schweiz, für unser Wohl einzustehen, abzustimmen, mitzuwirken, den demokratischen Prozess zu gestalten. Das fehlt uns komplett. Wir brauchen eine Amtszeitbegrenzung der Politiker. Wir brauchen definitiv die persönliche Haftung der Politik, falls hier was schiefläuft. Wir sind der Souverän. Die Politiker sind unsere Angestellten, eigentlich de facto unsere Diener. Die Regierung sind unsere Angestellten, unsere Diener. Aber irgendwie haben wir es geschafft, das Ganze zu drehen. Und da gibt es ein schönes Zitat von Thomas Jefferson. Wenn die Menschen Angst vor der Regierung haben, dann haben wir Tyrannei. Aber wenn die Regierung Angst vor den Menschen hat, dann haben wir Freiheit. Und da müssen wir wieder hinkommen. Weil wir sehen doch, was gerade passiert. Das ist eine Art feindliche Übernahme. Immer mehr Ministerstellen, immer mehr Angestellte im Staat, immer mehr Staatsquote, immer mehr Macht vom Staat. Das geht hin in eine Kleptokratie fast schon. Hier zum Beispiel, der Steuerzahlerbund kritisiert, dass wir einen Einstellungsboom erleben in den Ministerien. Das zahlen alles wir. Wir haben die meisten Abgeordneten in einer Demokratie in der westlichen Welt mehr wie Indien, aber die haben 15 Mal mehr Einwohner. Und wenn wir jetzt hier schon Peter Altmaier sehen, wir erinnern uns noch, wie er dann letztes Jahr gesagt hat, kein einziger Job geht verloren wegen Corona. Er hat Recht behalten. Wir haben es nur falsch verstanden. Er meint natürlich kein einziger Job in der Bundesregierung. Die können noch so viele Fettnäpfchen nicht auslassen. Sie können noch so viele Fehlentscheidungen treffen, aber sie sind sicher im Sattel und sie stellen noch weitere Klacköre ein. Brillant. Aber in der Realität haben eine Million Menschen de facto ihren Job, ihren Arbeitsplatz verloren. Stehen vor dem Nichts. Jetzt, indem die Aushebelung der Insolvenzantragspflicht wieder implementiert wurde, werden viele Unternehmen Pleite anmelden müssen. Insolvenz anmelden müssen. Werden viele weitere Arbeitsplätze verloren gehen. Ja, und Altmaier hat in seinem Ministerium 18 neue Top-Jobs geschaffen. Und zwar mit der höchsten Besoldungsstufe. Das sind 8.305 Euro pro Monat. Manche warten noch auf ihre Mai- oder Novemberhilfen. Als Kulturschaffende, als Selbstständige, als Kleinstunternehmer. So ist es, ne? One law for them, another law for us. Oder Bundesverteidigungsministerium Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, die gibt es auch noch tatsächlich. Mal die große Hoffnung der CDU gewesen. Jetzt in der Versenkung versunken. Hat elf neue B-Stellen geschaffen. Und die Bundesregierung gönnte sich seit Jahresbeginn 71 neue Top-Shops. Wir sehen es in der Bundesregierung. Brummt es wie noch nie. Nicht so wie bei uns in der Realität. Das sind doppelt so viele wie in den letzten zwei Jahren zusammen. Und natürlich parallel hat man weitere Mitwürger, Mitstreiter, Mitwürger, Mitstreiter, befördert. 129 Beförderungen gab es in der Regierung. Im Vergleich im Vorjahreszeitraum waren es gerade mal 63 Beförderungen. Ja gut, ich weiß, es ist bald Wahlkampf. Und am Ende des Wahlkampfs möchte man wohlgedehnte Beamte und Parteifreunde nochmal in einen besseren Job hieven. Das ist die Drehtür, die wir da sehen. Das ist natürlich das perfide Spiel der Politik. Sollte verboten werden, meiner Ansicht nach. Dass man sagt, okay, was ich ein Jahr, bevor der Wahlkampf beginnt, können die Minister nicht noch irgendwie Altgedienten, ich nenne es mal Klaköre oder Freunden in einer Art Vetternwirtschaft, noch höhere Positionen zuschachern. Das hat was, wie gesagt, hat ein Geschmäckle, sagt der Schwabe. Und es ist aber Gang und Gebe leider. Hier über diesen Herrn brauchen wir gar nicht reden. All das, was er verbockt hat, das würde für drei Ministerrücktritte eigentlich reichen. Aber es sitzt immer noch im Sattel. Hey, es lebe unsere Demokratie. Wir sehen also, wir brauchen mehr Politikerhaftung. Ich habe, glaube ich, meinen Punkt gemacht. Und ja, im Buch habe ich ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, dass wir da auf jeden Fall im politischen System großen, großen Reformbedarf haben. Wir sehen gerade den Wandel, dass man die Macht immer mehr verlagert, nicht zum Souverän hin, sondern weg vom Souverän hin zum Staat, zu dem Staatsapparat. Der Economist vor 30 Jahren hat dieses Plakat gehabt. Seid bereit für eine Weltwährung. Und heute sieht es so aus, der Govcoin. In Tech we trust und so weiter. Wir werden immer mehr Richtung autoritäre Staaten gehen, meine Ansicht nach. Schauen wir mal, wer hinter dem Economist steht. Das ist ganz witzig hier. Die Agnelli-Familie, das sind die Eigentümer der Fiat-Werke. Fiat ist ein italienischer Autobauer, der aber aus steuerlichen Gründen in den Niederlanden sitzt, weil die EU ist natürlich eine geniale Steueroase. Da kann man noch richtig schön tricksen. Alles soll gleich werden, einheitliche Währung, digitaler Euro, Enteignung und so weiter. Aber wenn es um Steueroasen geht, ist die EU auf beiden Augen blind. Unabhängig davon, die sind Miteigentümer. Und das ist so witzig, weil die wollen jetzt ein Fiat-Geldsystem sozusagen digitalisieren. Man kann sich diesen Scheiß nicht ausdenken. Das Leben schreibt einfach immer noch die besten Geschichten. Ja, auch die Rothschilds sind natürlich mit dabei an Bord. Eine der reichsten Banker-Familien der Welt. Und aus diesem Grund bin ich, wie gesagt, für mehr Macht dem Volk, mehr direkte Demokratie, weniger Macht den Staats-Kleptokraten. Lösung Nummer zwei, mehr Wettbewerb zwischen den Staaten, zwischen den Ländern wie in den USA. Da kann man jetzt frei entscheiden. Hey, ich will mich impfen lassen. Ich habe Angst vor dem Virus. Ich gehe nach Kalifornien, da ziehe ich hin. Oder ich sehe es anders. Ich will mehr Freiheiten. Ich will Lockerungen. Ich gehe nach Florida. Geht in der EU momentan leider nicht. Warum? Weil man in der EU jedes Land gleich machen möchte. Man möchte einen Einheitsbrei. Aber Wettbewerb führt dazu, dass der Markt entscheidet, welches Land welcher Staat gewinnt. Führt es zu mehr Konkurrenz. Führt es zu mehr Innovation. Und wir brauchen den Markt. Wir brauchen den Wettbewerb. Nur so entsteht Fortschritt. Schon seit jeher. Auch das habe ich im neuen Buch aufgezeigt. Und wir sehen ja jetzt, was die Auswirkungen sind. In Kalifornien, in San Francisco ganz besonders, Silicon Valley, sehen wir ein Braindrain. Also die Intelligenten verlassen jetzt Kalifornien wegen zu hohen Steuern, wegen Enteignung, wegen sozialistischen, planwirtschaftlichen Tendenzen und wegen einem harten Lockdown seit fast einem Jahr. Und die gehen dann halt nach Texas oder nach Florida. Ja, Houston ist das neue Silicon Valley, so wie es aussieht. Lösung Nummer drei. Wir brauchen mehr individuelle Freiheiten. Jeder sollte selbst entscheiden, in einem freien, demokratischen Land, wo Pluralismus herrscht, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Und nicht der Staat sollte uns dann per Gesetz entrechten oder Grundrechte entziehen. Die Grundrechte sind, was es ist. Grundrechte. Sie stehen jedem zu. Lösung Nummer vier. Definitiv. Mehr Bildung. Mehr kritisches Denken fördern. Aus diesem Grund mache ich ja diesen Kanal. Aus diesem Grund schreibe ich die Bücher. Bitte unterstützt mich dabei. Bitte bleibt wach. Bleibt tapfer. Seid woke. Um, wie gesagt, auch alles mal zu hinterfragen. Wir dürfen nicht alles glauben, was uns präsentiert wird. Ihr müsst kritisch sein. Ihr müsst, wie gesagt, euch zum Nachdenken einladen lassen. Und das versuche ich ja mit jedem Video. Mit eurer Unterstützung. Und das Grundmerkmal eines jeden immer mehr autoritären Staates ist es ja, dass Andersdenkende, dass Kritiker mundtot gemacht werden, diffamiert werden, stigmatisiert werden. Auch ich erlebe das. Immer wieder. Weil ich natürlich an den Grundfesten des Systems rüttel. Hat keiner gern. Keiner möchte, dass sein geliebtes, vertrautes Umfeld auf einmal doch irgendwie wie ein rosa Luftballon zerplatzt. Aber wir brauchen die kritischen Stimmen. Und ich bin nur ein ganz kleines Lichtlein. Es gibt noch viel mutigere Menschen da draußen. Und die sollten wir hören. Die sollten wir unterstützen. Wir sollten auch andere Meinungen zulassen. Das gehört zur gelebten Demokratie. Ansonsten ist der Weg in die Diktatur fast schon vorbereitet. Noch ein schönes Zitat. The difference between Libertarianism and Socialism is that Libertarians will tolerate the existence of a socialist community. But Socialists can't tolerate a libertarian community. David Boats. Da steckt zu viel Wahrheit drin. Diejenigen, die am meisten nach Toleranz schreien, sind die intolerantesten. Und das ist eine brandgefährliche Entwicklung. Und ich hatte ja schon in diesem Video gesagt, unbedingt anschauen mit unserer nächsten grünen Kanzlerin, dass leider das Extreme immer mehr an Zustimmung gewinnt, dass die Meinungen immer extremer werden, dass es immer mehr die Gesellschaft spaltet. Und da müssen wir aufpassen, dass wir noch in Zukunft in einem freien, demokratischen Land leben, wo auch andere Meinungen, die vielleicht nicht beliebt sind, akzeptiert werden. Auch ich bin großer Gegner von extremen Meinungen. Auch ich finde linke und rechte Dogmatismen und Ideologien widerwärtig teilweise und Menschen verachten. Trotzdem akzeptiere ich, dass es diese Meinungen gibt und fordere nicht dann irgendwie zur Todesstrafe auf oder zur Diffamierung oder zur Brandmarkung, sondern ich versuche dann mit Argumenten, mit Daten und Fakten diese extremen Meinungen auszuhebeln. Und ich glaube einfach an die Intelligenz der breiten Masse, dass die das genauso sehen. Die Intelligenz gewinnt. Immer. Und die Qualität setzt sich immer durch. Aus dem Grund hat der Kanal hier 176.000 Abonnenten und nicht nur 12. Und ich empfehle euch heute auch eine sehr sehenswerte Dokumentation von jemandem, der genau alles in Frage stellt, der versucht beide Seiten objektiv zu betrachten. Das ist eine Doku zu Corona auf der Suche nach der Wahrheit. Kam in ServusTV und die werde ich unten natürlich verlinken. Sehr sehenswert. Wirklich kann ich nur unterstützen. Ich versuche auch natürlich mit dem Protagonisten aus dieser Doku natürlich ins Gespräch zu kommen. Für diese Doku ist der Linzer Virologe Martin Hattitsch um die Welt gereist, hat mit Experten gesprochen, auf der Suche nach der Wahrheit, was bei Corona gerade vor sich geht. Eine sehr ausgewogene und objektive Darstellung, finde ich, die leider in unserer Presselandschaft momentan fehlt. Dahingehend absolutes Must-Watch. Schaut es euch an. Und ich versuche natürlich Herrn Hattitsch auch hier in den Kanal einzuladen und werde ihn dann interviewen. Teil dieses Video bitte. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Werden wir angelogen? Seht ihr es wie ich? Wie steht ihr zu dem ganzen Thema Impfen, Grundrechte entziehen, Lügen der Politik und so weiter und so fort? Was haltet ihr von den Experten Lauterbach, Drosten? Bitte, wenn ihr eine Meinung habt, die dagegen ist, versucht nicht in das gleiche Muster zu fallen, wie diejenigen, die jetzt ich hier kritisiert habe. Versucht fair und objektiv zu bleiben. Ich will keine Kraftausdrücke sehen oder irgendwelche anderen extremen Aussagen. Also dahingehend, lasst uns wirklich versuchen, einen demokratischen Diskurs zu starten. Lasst uns besser sein wie die anderen. Lasst uns Brücken bauen, weil ansonsten, wenn wir uns an den Tisch setzen, wenn wir nicht miteinander reden, wird es nie funktionieren, wird es immer knallen und in Gewalt enden. Das ist zu vermeiden. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das Video kräftig teilt, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen länger, aber es war wichtig, es war meine Herzensangelegenheit. Deswegen war ich jetzt auch an einem Feiertag, am Vatertag sogar, hier bei schönstem Wetter im Studio, zwei Stunden lang und das ganze Team hat an diesem Skript mit mir gearbeitet. Da danke ich nochmal meinem ganzen Team natürlich. Daumen hoch, vor allem Florian. Und jetzt, wie gesagt, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Feierabend, ein schönes langes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt hapfer und bleibt vor allem, wie gesagt, kritisch, nachdenklich und immer offen für andere Meinungen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt tapfer und denkt immer daran, gerade wegen Menschen wie Herrn Hatic und vielleicht auch wegen Menschen wie euch, ist die Welt da draußen besser als immer glauben. Herzlichst, euer Marc.